Forderung nach Ablösung CDU attackiert Bundeswahlleiterin Rhein-Will-Wirtschaftspaket der Länder und Linke fordert Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 12. November Die Chefin des CDU-Wirtschaftsflügels, Connemann, fordert die Ablösung der Bundeswahlleiterin Ruth Brandt, sobald der Bundestag neu gewählt ist Meiner Ansicht nach hat die Bundeswahlleiterin in den vergangenen Tagen bewiesen, dass sie der Aufgabe nicht gewachsen ist, sagte die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion dem RND Brandt hatte mehrfach davor gewarnt, einen Neuwahltermin zu früh anzusetzen Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat seine Länderkollegen nach dem Bruch der Ampelkoalition zur Zusammenarbeit für ein gemeinsames Wirtschaftssofortpaket aufgerufen Die neuen Taktgeber sind, bis zur Bildung einer neuen Regierung, Bundesrat und Ministerpräsidentenkonferenz, sagte Rhein dem RND Die Bundesregierung ist havariert, die Länder sind jetzt der politische Stabilitätsanker in Deutschland Verteidigungsminister Boris Pistorius hat nach eigener Aussage keine Ambitionen, bei der anstehenden Bundestags-Neuwahl-Kanzlerkandidat zu werden Wir haben einen Bundeskanzler, und der ist der designierte Kanzlerkandidat, sagte Pistorius der Süddeutschen Zeitung mit Blick auf den amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz Für FDP-Chef Christian Lindner steht bereits fest, wer das Kanzleramt bei einer Neuwahl übernimmt Ich glaube, das Rennen um die Kanzlerschaft ist in Wahrheit doch gelaufen, sagte er beim Wirtschaftsgipfel der SZ CDU-Chef Friedrich Merz werde es machen Die Frage ist aber, mit wem wird der Bundeskanzler Merz regieren? Schwarz-Rot, Schwarz-Grün? Das ist doch alles Ampeleid Die CDU sei ein politisches Chameleon, meint Lindner Die nimmt immer die Farbe ihrer Koalitionspartner an Die Vorsitzende der Partei Die Linke, Ines Schwertner, hat sich in einer Pressemitteilung gegen die FDP gestellt, welche gegen den Soli klagt Lindner und Co. opfern den Sozialstaat für die oberen 10% und nehmen dafür einen Milliarden-Kahlschlag im Bund in Kauf Die FDP setzt ihren harten Kurs gegen den Sozialstaat fort und will den Solidaritätszuschlag abschaffen Eine Abgabe, die fast nur Besserverdienende und Unternehmen betrifft Der Soli ist ein bescheidener Beitrag der Reichen und Konzerne zum Bundeshaushalt, der jährlich fast 13 Milliarden Euro bringt und nicht einfach ersetzbar ist Ohne ihn droht ein finanzieller Kahlschlag, der viele wichtige soziale Leistungen gefährdet Anstatt den Soli zu streichen, sollten die Wohlhabenden durch eine Vermögensabgabe viel stärker in die Verantwortung genommen werden, für die Stabilität und Zukunft unseres Landes Laut dem Chef der Techniker Krankenkasse müssen sich gesetzlich Versicherte auch 2026 auf höhere Beiträge einstellen Darum fordert der Vorsitzende der Partei Die Linke, Jan van Aten, eine Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze Dies geht aus einer Pressemitteilung der Linken hervor Es kann doch nicht sein, dass die Beiträge für uns Versicherte jedes Jahr steigen, während sich Besserverdienende und Reiche einen schlanken Fuß machen Schon jetzt ist das Leben für die meisten Menschen zu teuer Das deutsche Gesundheitssystem bevorzugt die oberen 10%, denn fast 90% der Menschen sind gesetzlich versichert Wir fordern, dass Managerinnen und Konzernbosse auf ihr gesamtes Einkommen Beiträge zahlen müssen Arbeitende Menschen, die pflegen und putzen, müssen das ja auch Der Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD muss endlich die Ursachen für die Krise unseres Gesundheitssystems angehen, anstatt weiter an den Symptomen herumzudoktern Seine Krankenhausreform bietet keine Therapie, sondern macht unser krankes System noch schlechter Wir brauchen einen radikalen Eingriff ins Versicherungssystem Zukünftig müssen alle mit ihren gesamten Einkommen in die gesetzliche Versicherung einzahlen Die gesetzlich versicherten Menschen brauchen jetzt Lösungen Die Beitragsbemessungsgrenze muss sofort weg Wie das BKA mitteilt, sind zum heutigen 11. Aktionstag gegen antisemitische Hasskriminalität im Internet Deutsche Strafverfolgungsbehörden mit 127 polizeilichen Maßnahmen gegen Verfasserinnen und Verfasser von strafbaren Hassbeiträgen im Internet vorgegangen Dieser hatte den Themenschwerpunkt Antisemitismus Dabei wurden in über 90 Ermittlungsverfahren mehr als 50 Wohnungen durchsucht sowie zahlreiche Beschuldigte vernommen Die Maßnahmen fanden in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen statt Die Inflation in Deutschland zieht wegen höherer Preise für viele Dienstleistungen und Lebensmittel wieder an Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Oktober um durchschnittlich 2% im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte Im September war die Teuerungsrate mit 1,6% auf den tiefsten Stand seit rund dreieinhalb Jahren gesunken Dienstleistungen verteuerten sich im Schnitt um 4% im Vergleich zu Oktober 2023 Bei Lebensmitteln betrug die Steigerungsrate 2,3% Und nun zum Wetter In der Nacht zum Mittwoch bleibt der Himmel bedeckt bei einer Tiefsttemperatur von 5 Grad Am Mittwoch ist der Himmel überwiegend bedeckt bei einer Höchsttemperatur von 7 Grad Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020